Simon Moser, wie lange muss man eigentlich üben, für so ein Goal zu schiessen? Ja, ich war selber überrascht. Ich wollte endlich annehmen und um einen Goal, um eine Tour herum machen. Aber das dann so ist es sicher nicht planen gewesen. Es war auch ein sehr wichtiges Goal, das hat eigentlich den Match zu euren Gunsten getragen. Warum hat das heute so viel gebraucht, bis wir die Weichheit auf den Sieg stellen können? Ja, ich glaube, wir haben uns am Anfang zu fest auf die Spiele mit der Schiebe konzentriert. Wir haben zu viel Sorgen gehabt, haben aber nicht wirklich Sorgen gehabt. Wir haben viele Turnovers gehabt, wo man dann den Speedhead braucht, die Schiebenteufel vorzuschicken. Die einfachen Sachen ist dann auf unsere Seite gekommen, in meinen Augen. Danke vielmal.